Sortieren. Acht Stadien, eine Reihenfolge. In welches Bundesligastadion passen die meisten Zuschauer? Christoph, fang an. Dann gehe ich einfach mal relativ entspannt mit dem Signal Iduna Park. Hat logischerweise mehr als Nürnberg. Dann fange ich auch direkt mit dem Volksparkstadion an und packe das zwischen Nürnberg und Dortmund. Dann gehe ich einfach mal mit der Felddienstarena und packe die zwischen Volkspark und Signal Iduna Park. War das ein kleiner Flex von dir jetzt? Das war ein kleiner Flex. Okay. Ja, dann sage ich, dass die Bay-Arena weniger als das Max-Morlock-Stadion hat. Dann gehe ich mal klassisch mit dem Millern-Tor, würde ich sagen, und sage, dass die weniger als die Bay-Arena haben. Pack mal die Allianz-Arena unter das Signal Iduna Park und über der Weltdienstarena. Das sollte doch richtig sein. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Försterei und Weserstadion. Dann sage ich mal, ich glaube, Union hat jetzt vor kurzem ausgebaut und hoffe, dass sie mehr haben als das Millern-Tor und ordne die davor ein und unter Bay-Arena. Und damit gehört der Punkt Morat. Verdammte Scheiße. Da drauf. Da drauf. Da drauf.